Knapp 100 Wagen und Fußgruppen haben am Sonntag beim großen Karnevalsumzug für ein großes Hellau und gute Laune gesorgt. Die Besucher aus dem Saataland und Umzu winken den Narren vom Straßenrand aus zu, feierten ausgelassen und sammelten Süßigkeiten. Es ist in diesem Jahr das 60. Karnevalsfest in der Gemeinde und das wurde gebührend gefeiert. Untertitelung des ZDF, 2020